Vor fünf Jahren fand der letzte Bezirksparteitag der ÖVP-UV-Umgebung statt. Nach den Wahlen 2019 und 2021 ist die ÖVP mit einer Staatssekretärin und zwei Mandataren, 23 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie 338 Gemeinderätinnen und Gemeinderäten die stärkste politische Kraft im Bezirk. Kürzlich ging eine Neuwahl über die Bühne. Rund 300 Delegierte fanden sich zum diesjährigen Bezirksparteitag im Krammerfond in Krammerstetten ein, um das Führungsteam der ÖVP neu aufzustellen. Nationalratsabgeordneter Mag. Michael Hammer und sein 29-köpfiges Vorstandsteam erzielten ein eindrucksvolles Wahlergebnis. Hammer konnte im Geheimer Wahl 98,6 Prozent der Delegiertenstimmen erzielen und freute sich sehr über diese eindeutige Wiederwahl. Man ist immer wieder angespannt vor einer Wahl bei so vielen Delegierten. Ich bin doch schon einige Jahre Bezirksparteiobmann und es ist immer wieder ein Stimmungsbild, wie geht es einem in der Organisation und als Obmann. Und so ein eindeutiges Votum ist natürlich eine große Erleichterung und Freude und motiviert auch für zukünftige Aufgaben. Gemeinsam mit den insgesamt 12.500 Mitgliedern im Bezirk Urverumgebung möchte er sich für die wichtigsten Themen einsetzen. Der Bezirk Urverumgebung ist ein dynamischer Bezirk und die ÖVP des Bezirkes Urverumgebung ist ja die treibende Kraft. Wir haben 23 Bürgermeister, wir sind die gestaltende Kraft in unserem Bezirk und das wollen wir natürlich auch bleiben. Wir haben schon wieder die Halbzeit der Legislaturperiode Richtung Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen und natürlich wollen wir uns auch entsprechend aufstellen, damit wir auch in Zukunft so erfolgreich sein können. Und das andere ist natürlich, wir wollen die Themen besetzen, die die Menschen bewegen. Das ist der Verkehr natürlich, die Pendlerthematik, dann die Wirtschaft, die Arbeitsplätze, Betriebsansiedlungen, ganz wesentlich das Soziale, die Absicherung der Pflege, Gesundheitsversorgung und dass unser Bezirk einfach so lebenswert bleibt, wie er ist. Das ist unser Auftrag und für das arbeiten wir auch. Als Bezirksparteiobmann-Stellvertreter fungieren künftig Staatssekretärin Claudia Plackholm aus Walding, Landtagsabgeordneter Josef Rathgeb aus Oberneukirchen und Landesbäuerin Johanna Haider aus Engerwitzdorf. Wir stehen den Großteil der Gemeinderäte, den absoluten Großteil der Gemeinderäte im Bezirk Urverumgebung, wissen, was die Sorgen und Themen der Menschen sind. Und ein ÖVPler, den zeichnet ganz einfach auch aus, dass er Augen und Augen bei die Leid hat, indem er auch in vielen Vereinen tätig ist. Und da wird ja auch viel geredet über Politik und da kann man sich durchaus immer viel mitnehmen. Und es ist auch wieder ein starkes, generationenübergreifendes Team gewählt worden, da macht es auch frei, da mitzuarbeiten. Es war eine tolle Stimmung heute. Es war die Geschlossenheit spürbar, die die ÖVP nicht nur im Bezirk Urverumgebung, sondern auch in Oberösterreich und darüber hinaus auszeichnet. Wichtig ist auch die EU-Wahl am 9. Juni. Dort brauchen wir Geschlossenheit, genau diese Geschlossenheit. Wir brauchen ein Europa der Regionen, wo auch die Stimme Oberösterreichs gehört wird. Und da haben wir mit der Spitzenkandidatin Angelika Wenzig und dem gesamten Thema wirklich gute Chancen, dass wir Europa gut weiterentwickeln und nicht schwächen. Wir müssen an dieses Europa glauben, das für Wohlstand, für Sicherheit und auch für Gemeinschaft steht. Du kommst vom Unternehmertum. Das spricht vielen aus der Seele, gerade von der ÖVP. Was sind für dich die wichtigsten Punkte, die du im EU-Parlament vorantreiben willst? Ja, wir haben zurzeit ein Problem mit der Überregulierung. Also wir müssen da wieder ein bisschen mehr mit Hausverstand rangehen. Und auch die Wettbewerbsfähigkeit, wenn man uns das Konzert der großen Mächte anschaut, da haben wir Aufholbedarf. Es gibt noch viel zu tun, aber gemeinsam kann man Großes bewirken. So das Resümee des Bezirksparteitages an diesem 15. April. Heute haben wir gesehen am Bezirksparteitag, dass die Stimmung im Bezirk-Urf Umgebung eine sehr gute ist, dass unsere Funktionärinnen und Funktionäre sehr zuversichtlich sind und schon brennen, dass sie auch für die EU-Wahl, für unsere Kandidatin, für die Angelika Winzig auch laufen werden. Und das, was wir heute an Kraft mitnehmen, das werden wir jetzt auf das gesamte Land auch übertragen. Auch Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer betonte, dass er stolz sei, eine derart starke Bezirksparteiorganisation hinter sich zu wissen. Ich freue mich sehr, dass so viele da waren. Das ist ein Zeichen der Stärke, dass sich auch ganz viele einsetzen wollen für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger in allen Gemeinden des Bezirkes. Ein großer, ein erfolgreicher Bezirk. Und es war auch eine Stärkung für die ÖVP-Führung hier in URF-Umgebung. Auch in Zukunft will sich die Oberösterreichische Volkspartei im Bezirk als bestimmende Kraft in den Gemeinden für die Menschen in den Regionen einsetzen und alles dafür tun, um den Bezirk URF-Umgebung verlässlich voranzubringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017